Willkommen zu einem neuen Video, zum Beispiel die Toilette. Aber habt ihr die Fehler und ich gebe die Toilette? Schiebe und schieb, 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 Part 3 gefunden. Erst kommen die anderen, die wir kennen. Alles ist hier die Schuhefahrze. Ich dachte, Toilette kommt nie wieder, weil er ein Fähnchen hat. Aber er kommt. Der einzige Fehler ist klein. So, achtet immer, macht was ich sag, achtet immer auf die Hände von dem Kameramann. Ja, der ist wie sich um, das Brennwahl ist auch. Schieb, aber man macht ja. Er schlägt und schaff ist das. Es teilt den Kameramann gerade infiziert. Komm, ich schlägt einfach auf. Und jetzt? Ist er ein Kam-Kam-Women? Oder ist er ein normaler? Oder ist er doch ein Kam-Kam-Kam-Women? Hä? Auf einmal hat er Waffen. Eko-Boot. Und das Lächeln ist ein Fehler. Hier. Erstmal. Und ich weiß, wie er richtig heißt. Jetzt abhört es halt ein Schöne-Momen. Ich weiß, wie er heißt. Er fliegt weg wie ein Idiot. Jetzt will er in den Kameram. Schön mal Zeiten abredet. Gott's Man. So heißt er. Und hat er geschehen. Er hatte eben ein Schild. Das heißt, ihr wisst, das habt ihr gar nicht halt in den frühen Folgen, wo Titan-TV-Man noch normal war. Aber ich habe immer gesagt, dass er der Allerstärkste ist. Und ja, er ist der Allerstärkste. Weil schau. Er jetzt abgebildet Titan-Cinema-Man ist. Digga, wie er hier rein schlägt. Guck mal. Er hat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fähnchen. Ich kann noch hauen. Wir sind wieder da. Er hat schon ein Schwert. Und der Allerstärkste. Gott. Lächer. Digga, wie er hier rein schlägt. Guck mal. Und jetzt kommt der Gott-Glaser. Der Gott-Glaser. Und die Gott-Glaser. Schmisch rein. Da gibt es ein Secret. Hier eben war den Roboter. Und was sehen wir hier? Kein Roboter. Na, habt ihr den Fehler gefunden? Also, also, dann gucken wir die Fehler in Folge. Und die Folge, die Fehler in der anderen Folge, die wir erst mal so können. Die Toiletten-Statuen. Und die Toiletten-Statuen. Und eine neue Toilette. Also, hier, mit einem Raketen. Und hier noch die Helikopter. Und, kennt ihr noch die Fahrer? In ein, ich glaube die Toilette, Folge 44. Ach nee. Die was? 33. Da gab's die auch. Und hier auch. Der neue Atelier, der Thermal-Helikopter. Wird aber auch gesetzt. Und, das habt ihr jetzt auch schon gewusst. Aber, achtet auf den Fehler. Hier sieht man den Fakt Boom. Da steht auch einmal, ich glaube die, ich glaube die, ich glaube die. Hab's vielmal gesagt, du ist Idiot. Kann halt sein. Hier. Das ist Fake. Die Postglitter hat überlebt. Nein, das ist auch ein Fehler. Und jetzt rastet sie aus. Was ist das für eine Pistole? Der hat ja schon ein Spike. Und aus der anderen kommen... Nein. Und hier, rastet sie aus. Hier gibt's die Kante. Guck mal. Hier ist sogar noch eine mit Messer reingestoch, Alter. Wofür wir eigentlich? Spaß, Spaß, was? Und schaut mal. Ey, direkt ist neben uns einer aufgetaucht. Und direkt ist er wieder weg. What the hell, Lenny? Und hier die neue Toilette. Sie hat aber jetzt auch nicht so geil überlebt. Leute. Warte, gleich abwarten. Hier ist noch ein Teil so ein Flugzeug. Da war ein Toilett. Das erste Mal ist eine Toilette von den Kameras infiziert. Und das hier war auch eine Folge. Hier ist es leider weg. Was merken wir? Und hier. Die hatten wir doch besiegt, oder nicht? Ach, gibt es jetzt verschiedene von denen? Tauchen die immer auf, oder was? Ist doch klar. Und hier wird der Foden unter die Blanche Toil legen. Abgestimmt. Und es bringt raus die Sofie. Und die, die wie man ein. Ja, Schmäh, ist auch meine Folge, geht auch nicht mehr. Und hier die Raketen. Achtet mal auf den Kameramann ohne Waffen. Achtet mal auf ihn. Ach nee, der ist reingegangen. Aber der andere mit Waffen. Hat keine mehr. Und schaut euch an, was jetzt passiert. Der wird von ihnen abgeschägt. Ist doch gar nicht mal normal. Woher hat er denn schon eine Brille? Ey. Die ist ein Geist. Und hier. Wir kommen hier rein, wo gleich der kommt. Das ist die Partei von dem TV-Mensch. Sofie Schagen. Ja, Schagen. Irgendwas. Dass wir nicht verstehen können. Ja, jetzt. Zeigen. Schöne Mammen. Und jetzt habe ich mich immer gefragt, warum in allen Folgen nicht kommt, dann habe ich ich immer von der Kampffolge hier, wo nicht dein TV-Mensch drauf ist, sondern mit der Kamera, dein Cameraman, habe ich immer gewartet, dass die Folge kommt. Dann habe ich immer geheult wie ein Idiot, weil die nicht kam. Und dann habe ich immer mal ausgerastet mitten in der Nacht, weil die gekommen ist. Ich kann so keinen Künderchen. Ehrlich. Und ja Leute, wenn es so viel gefallen hat, folgt mir und lasst ein Like da. Tschüss. 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 Tschüss.